Ja Junge, ich hab vernünftig gemacht! Wie? So, Bruder! Ich schenke dir eine! Das geht schon um meine Niederlage, Junge! Aaaaaah! 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 Jure bei Gott, ich denk an die Bestrafung, aber mir war das scheißegal, wenn er das am Ding getan hat. Hör auf mich an zu schreiben, du stresst mich damit! Das ist ein Valla! Was ist denn da? Was ist denn da? Aaaaaah! 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 Selbstverständlich ist gut! Selbstverständlich ist nur die Kraft bekommen! Wir kommen in die Hölle doch hin! Was geht meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Challenge Sein Vater! Wer ist Challenge Sein Vater? Wer? Junel! Jungs auch! Und Varan auch! Varan Jungs auch! Aaaaaah! So Freunde, wir sind wieder am Start! Ich freue mich auf euch! Und zwar geht's heute um folgendes! Welches Spiel spielen wir heute? Wir spielen ein richtig, richtig geiles Spiel! Jungs, erklär das! Aaaaaah! Das Spiel heißt, finde den Jackpot und erklär mal weiter, oder? Das Spiel funktioniert so, wir haben Streichholzpackungen genommen und wir haben da ca. 6000 Euro reingepackt. Ja! Genau! In jeder Packung sind verschiedene Beträge drin, ja? Verschiedene Beträge in jeder Packung! Versteckt! Wir haben aber einen Jackpot unter denen und da sind 1500 Euro drin! Aaaaaah! Aaaaaah! So! Wir werden hier überall Mausefallen hinstellen, also kreuz und quer! Und dazwischen kommen diese Packungen, Streichholzpackungen mit dem Geld drin, ja? Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Packungen mit verbundenen Augen zu sammeln! Je mehr Packungen man hat, desto besser! Sechs Packungen von den 30, die sind leer, da ist nichts drin! Das heißt, wenn man sammelt und die sind am Ende leer, hast du am Ende nichts! So sieht's aus! Da bist du kranko! Der Gewinner mit dem Höchstbetrag in der Packung, der hat natürlich gewonnen! Der mit dem wenigsten Betrag, mit dem geringsten Betrag, der hat verloren! Der Verlierer, Freunde, wird auf jeden Fall an die Wand geklatscht! Auf ganz andere Art und Weise! Und der wird auf jeden Fall hops genommen! Lange Rede kurz, wir fangen jetzt mit der Challenge an! So, wer fängt von uns an? Ching-Chang-Chong! Der Verlierer fängt an! Warte mal, was? Ich fang freiwillig an! Du fängst freiwillig an? Alles klar! Badern fängt an, Freunde! Let's go! So, Freunde, wir haben jetzt das Ganze hier präpariert! Der Badern ist draußen, der darf natürlich nicht gucken, wo die Fallen sind und so! Oder sonst kann man sich das dir merken, weißt du! Unter den ganzen Mäusefallen haben wir zwei Bazookas! Zeig mal hier die ganzen Dinger! Also, da sind die zwei Mäusefallen, also einmal die weißen hier, wir haben zwei Stück! Die haben extra Power, eins und zwei! Zeig mal, hast du die Zähne gezeigt! Diese Mäusefallen haben auf jeden Fall so Zähne, ne? Wir werden den Badern reinholen, natürlich mit Augen zugebunden! Und dann kann er sich direkt hier hinsetzen und direkt loslegen, okay? Ich hab Angst, warte, langsam! Was machst du? Dann setze ich mal hin! Ich hab Angst, warte! Hier ist sie, hier ist die Kante! Okay? Alles andere, was du anpackst, kann ich nicht garantieren! Aber lass deine Hände so, hier fängt er dich an! Fuck! Runde 1 So, das Ganze geht 30 Sekunden lang, Freunde! Wir haben auf Timer, 30 Sekunden, hast du gesagt, ne? Warte, dann bist du bereit! Ja, hey, 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 hey! Drei, zwei, eins, Action! Ah! 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 AAAAAAAHH! E méit! E méit! Aooooaah! Wifi Nastasjuta! Das geht hier! Nein! 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 Stopp! 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 Ich hab den ist noch runter gefällt, der war in meiner Hand. Der war in meiner Hand. Ach, muss einer, ich blute. Machen wir den Tisch frei? Guck mal, wie ist der Bruder? Ich schau nur rauf! Ich muss nicht schreien, damit ich diese Adrenalin weggehebe, damit ich die ganze Zeit packen kann, so. Okay, so, wir packen jetzt alles aus. Blanko! Ja, wir haben extra Jumre. Wir haben hier was drin. Hey, komm doch mal! Einer, bitte, bitte! Die Puffi springen raus! Die Puffi springen raus! So, wir werden jetzt zählen, was der Kollege hat. Okay? 150. Jawohl. So, 21. 2250. 2250 Euro Baran. Ich hab mich gefreut, euch kennenzulernen. Schönen Abend euch noch, ne? Hör mir zu! So, Freunde, ich würde mal sagen, der Baran war erfolgreich. Jetzt kommt die zweite Runde. So, wer soll das machen? Ich oder du? Ich würde sagen, ich mach. Du machst? Der Jordan macht jetzt die zweite Runde. Da sind wir mal gespannt. Raus mit dir! Raus! 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 Setz dich mal jetzt hin. Bist du bereit? Nein, mach. Drei! Zwei! Eins! Los! Ah! Oh! 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 Willst du dich verarschen oder so, Alter? Das sind deine Boxen. Oder der hat einen in den warmen Fingern gehabt. Der ging nicht raus. Der ging nicht raus. Der hat einen Fingern. Der ging nicht raus. Der ist so. Ah! Als würde der so Cowboy sein. Oh! Oh! Dann haben wir hier was? Ein Kufi. 1550. Blanco. Keiner drin. Blanco. Blanco. Das kann gar nicht sein. Ja, 2100. Das heißt, wenn ich noch weniger hab, dann hab ich ihn im Arsch. Ja, dann bist du wirklich im Arsch. Ja, Freunde, ich würd mal sagen, ich bin jetzt dran, ne? Raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. Das krasseste an dem ganzen Spiel ist, ich werd nicht verlieren. Dann machen wir doch keine schlechte Laune an. Also, es geht nur noch um deinen Arsch und sein. Mach mal. Wollst du ein bisschen nach vorne? Bewege deine Hände nicht ein Zentimeter vom Fleck. Okay, Freunde, ich mach Stockuhr an, ne? Hey, Wallah, ich hab keinen Bock. Das Problem ist, ich hab keinen Bock, gegen dich zu verlieren. Und ich schwör auf alles. Ich werd jetzt alles geben. Warte mal. Drei. Warte, warte, warte. Drei. Zwei. 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 Bitte, oder was? Zwei Footatherine, oder? Zwei. Hey, weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, weiter! Ja! Ja, Mann! Wir brauchen die Zähne! Hey, 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 hey! Vielleicht hab ich Jackpot gemacht, warte, warte! Ja, ich glaub nicht! Ja, Junge, ich hab vernünftig gemacht! Die! So, Bruder! So, normal! Ich auch? Ich hab so genommen, Bruder! Deswegen hab ich... Ich hab genau so reingepackt, Mann! Ich hab doch auch so genommen! Der hat alles weggewischt vom Tisch! Ja, und? Hauptsache, ich hab, ob ich wegpuste beim Tisch hin! Warte, ich noch meine! Ich schenke dir eine! Nein, meine! Das geht schon um meine Niederlage, Junge! Bruder, ich hab... Ich schwör bei Gott, ich denk an die Bestrafung, aber mir war das scheißegal, Bruder! Das hat wehgetan, ja? Wallah! Also, bis jetzt noch kein Blomko sag ich dir ehrlich, oder? Aber auch noch kein Blomko! Bruder, wenn da keinen Jackpot ist, wochen wir gar nicht... Warte, warte, warte! Was willst du erzählen? Ich hab den Jackpot, du machst den Charm, Alter! Einfach aus Toleranz! Einfach, komm! Einfach aus Respekt! Respekt! Bruder, was dreckst du da? 750! 750! Der letzte hat mir den Rest gegeben, der ist... 900! Also... Klare Niederlage! Also, es freut mich, dass du... Riesen... Einen Riesenabstand! Fallon! Also, wir sind ungefähr 1000 Euro über dir! Der hat schenkt dir 50 Euro! Auf jeden Fall! 50 Euro! Egal, wir einmal nach dem Ballon! Wir einmal nach dem Ballon! Wir einmal nach dem Ballon! Gut bereit! Wollen wir nochmal neu machen, Alter! Machen wir einfach Cut, machen wir neu! Warte mal! Erstens, das ist nicht live! Zweitens, ihr seid bei mir hinten! Mein... Mein... Nein, ich suche! Die Bestrafung! Wir sind jetzt, äh, bei der Bestrafung! Panzertage! Wir haben die Wand! Wir nehmen das Wort wörtlich mit dem... Du wirst an die Wand geklecht! Der Kerl eine Würmer frisch, der muss halt an der Wand hängen, ne? Sie nicht abgehen? Ich hab Krampf! 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 Aber was soll ich machen, Bruder? Ey, das ist gerade mal ein Bein, ja? Bruder, was sollen wir machen? Weißt du, wie schwer das ist? Jordan! Komm mal hier hin! Warte, lass mal tauschen! Ich mach dich gleich los! Warte doch! Bruder, trage mich, trage mich! Bruder, ich will nicht tragen! Bruder, ich kann nicht! Weißt du, was krasseste ist, das ist eine Bestrafung für uns gerade, ne? Ich bin immer der Engel! Was macht der Typ, ja? Trau mir doch mal! Kennst du da? Diese Porträts, wo die da so liegen... Die legale Sache! John, guck mal! Ja, ey, ich kann nicht, ich lass mich gleich los! Wollah! Da müsst ihr alles wieder neu machen! Hä? Welche Idee war das eigentlich, Alter? Wahrscheinlich... Deine Idee! Deine Idee! War das meine Idee? Ja! Mach mal hin, die Baran! Guck mal wieder rum, Alter! Du hast ja seit einer Minute rum! Ja, guck mal wieder auf, Meli! Ja, warte nicht! Ist das nicht gerade so bei mir? Nein! Ist nicht mehr zu machen, Bruder, die Lage ist ernst! Langsam, Digga, ja? Mein Kopf, Alter! Das ist vom Feste, Mann! Ja, ich schwör, ich mach langsam! Alter, meine Füße brechen! Was soll ich machen? Oh, ich wär freier, Mann! Und da schieb ich! Warte auf, mich anzuschreiben! Du stresst mich damit, Wallah! Ey, ey, meine Haut! Hallo! Ey, Jux, mach doch mal vernünftig, Mann! Ja, Bruder! Letzte! Das letzte? Ja! Ja! Nach langer Arbeit haben wir unser Kunstwerk geschaffen! Jetzt hängt der Brie hier! Ey, Alter! Hallo! Was macht ihr da, Ilyas? Ey! Ey! Wie sieht das bei mir? Hallo! Ey! Wallah, Spaß beiseite! Lass mal wieder runter! Warte mal, du hast einen Kipp hier auf! Das geht ein bisschen schwer, ne? Nein, nein, nein! Ich hab' leider keinen Mögen Millimeter Aussatz gibt! 2,0! Nein, nein! Wallah, nein! Nicht mit dir! Ey! Ich hab' dir gar nicht okay in der Bock! Nein! 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 Wallah, nein! Wallah, nein! Bruder, Wallah, hör' doch mal auf mit dem Scheiß, Mann! Mach' mal was anderes, Alter! Nicht mit Haaren, Mann! Mach' mal auf seine Hand! 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 Nicht mit Haaren, Jungs! Wallah, nicht mit... Du hast uns... Mit Würmern, okay! Weißt du noch die letzte Bestrafung mit dem Würmer? Mach' was anderes, Mann! Mach' was anderes! Mach' was anderes! Letztes haben wir... Ich hab' zwei Würmer gegessen! Wallah, nein! Mach' mal was anderes! Wallah, mach' mal was anderes! Wallah, nein! Wallah, nein! Hallo! Mach' mal was anderes! Agus, einer! Mach' mal was anderes! Ey, bitte! Ich mein' das ernst, Mann! Ilya, sag' denen das mal! Wöcal! Mann! Mann! Der bitte! Boah, wie dick das! Mann! 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 Mann, Mann! 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 Hör! Auf den Strichen. Richtig mal. Meine Nase, meine Nase, ey, meine Nase, keine Luft, keine Luft. Oh, ich krieg keine Luft. Mach mal weg, Jordan! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hast du Durst? Nein, Mann. Warum? Ich hab keinen Durst. Du hast ein bisschen Erde, wir müssen das wegmachen. Es wär ja scheiße für kurz. Ey! Da, die gibt... Geht immer da dran! Wollah, ich krieg keine Luft, ey! Guck mal, jetzt tust du dir eingefallen, okay? Mach deinen Mund auf. Wofür? Mach einfach deinen Mund auf. Augen zum Mund auf. Mach doch auch. Warum aber? Ich krieg dir das in den Mund, Bruder, ich bin doch korrekt, Bruder. Du wirst ja, dass du Marmelade liebst, hast du ja heute Morgen. Mach auch uns zu. Marmeladenbrot, was macht ihr da ja, Bruder? Wollah, was macht ihr da ja? Ey, ich krieg doch keine Luft, Bruder, du machst meine Nase zu, Digga! Was ist da drin, was ist da drin? Das ist Marmelade, Bruder! Nur Marmelade ist das. Wollah, was ist da drin? Nur, nur Marmelade. Schöne Marmelade, wir wollen da ein bisschen gehen. Ist nur Marmelade. Ich krieg da noch ein bisschen Bruder zwischen. Was ist Bruder? Ja, was ist mit Marmelade, Digga, ja? Ey, warte mal, warte mal, was wollt ihr, ey? Warte. Achso, ich bin so... Das Ei? Das Ei? Ich krieg doch keine Luft, Jungs, bitte, ich bitte euch. Ey, was ist los mit euch, ja? Ey, ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft. Warte, da Nutella, ne? Ja, mach Nutella drauf. Ey, ihr seid so ein Bastarde, ne? Ich schaff alles. Wir wollen ja nicht den guten alten Nusrat vergessen, ne? Ja, mit den Streuseln. Candy! Candy Jones! Candy Jones! Candy Jones! Candy Jones! Candy Jones! Beweg dich, okay? Pack nicht mein Ohr an, Anna, weil da ist ein Streusel drin. Jetzt nicht bewegen, okay? Ja. Okay? Bleib so, okay? Was hast du jetzt gemacht? Oh, du schmeckst voll lecker, ja? Okay, Elias, du musst jetzt bereit sein. Drei, zwei, jetzt Action. So, Leute, wir melden uns, wenn wir den guten alten Bruder befreit haben. Der, wir melden ihn ab heute. Schreibt alle in die Kommentare. Candy Jones! Candy Jones! Candy Jones! Ey, 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 ey! Es gehört doch immer eine Kiesche auf die Torte. Die Kiesche auf die Torte. Bei uns heißt es Wurm auf die Torte. So. Der Wurm pelzt sich jetzt. Ach so, ist das ein Wurm? Ist das ein Wurm? So, Freunde. Danke an Candy Jones. Dankeschön nochmal für deine Mitarbeit. Ey, ich hab dich, Bruder. So, Freunde, das war's? Ah, Wallah, mein Krampf, mein Rückenicht. Boah, ich hab kleine Streusel. Ich hör mit der Richtung gar nichts mehr, Wallah. Was sind das für Würmer, Alter? Candy Jones! Boah, Alter Schwede, ja. Ich hör bei Gott, ich bin einfach nur K.O., Alter. Ich schwör bei Gott, Bruder. Ich hatte jetzt die ganze Zeit vier Streusel. Sie sind keine Dinger drin in meinem Ohr. Ich hab die ganze Zeit nichts gehört. Kommentiert auf jeden Fall, was ihr als nächstes sehen wollt. Irgendwas. Zeigt mal, ne? Gibt Ideen und so weiter und so fort. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, Freunde. Unsere Namen sind unten in der Videobeschreibung. Folgt uns auf Instagram. Dann sind wir auch motiviert, das Ganze weiterzumachen, oder? Ich wollte schon einmal was sagen. Schon immer wollte ich das sagen. Ich weiß, was kommt. Erster Link in der Beschreibung. Freunde, wir sind auf jeden Fall K.O. Wie spät haben wir gerade? 23 Uhr. 23 Uhr, ja. Also, ich küsse eure Augen. Bis zum nächsten Video. Ich liebe euch. Peace out. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.